Da ist er. Irgendwas habe ich sicher übersehen. Schade eigentlich. Eine Erkennungsmarke habe ich gefunden. Sensor 5 einsatzbereit. Sie sollten ihn empfangen. Bestätigen Sie. Roger Winter, das sieht sehr gut aus. Roger Healy. Kann sich jemand an Roger Healy erinnern? Von der bezaubernden Genie war der. Der Major Nelson. Genau so hieß er. Setzen Sie den Sensor im Leichenraum. Huhu, da war er ja gerade. Ein Leichenraum. In der Leichenhalle, in der Leichenhalle. Der letzte Schlaf, er war sehr tief. Etwas geschah, während ich schlief. Keine Fliesen. Oder Geruch. Auf meinem Leib. Ein Leichentuch. Wo ist der scheiß Leichenraum? Sehr fix. Herrschaftszeiten. Bin ich jetzt... Ah. Mann. Da geht's rein. Okay. Dann war der Leichenraum... ...da drüben. War ich da überhaupt drüben? Kann ich da... Oh, Parock. Nee, da kann ich nicht durchs Fenster. Scheiße. Muss ich auch nicht. Ich glaub, da war ich nicht. Da sind die Xenomörfer. Keine Erkennungsmarken, Lava. Schade. Das ist doch... Hier werden die Leichen produziert. Es ist aber nicht der Leichenraum, verstehe. Oh. Es tut mir leid, dass ich so blind bin. Gar nichts dafür. Angeboren. Schau, da sind doch Leichen. Wenn das kein Leichenraum ist, dann weiß ich aber nicht. Nur ist ja hier kein Sensor. Verstehst du? Ich meine... Hier ist kein Sensor nicht. Ah, da. Den meinen sie? Ja. Der ist kaputt. Siehst du? Keine Aliens. Materialversagen. Oh, doch. Eieiei. Ah! Besse. Schnall dich an. Jetzt geht's rund. Einmal in den Arsch. Und einmal in den Mund. Sollen wir ihnen entgegen gehen, oder was? Oh, zur Stöße. Mann, Stöße. Wie oft muss ich das Alien eigentlich treffen? Ah. Läuft ihm nach. Hallo. Alien. Was ist hinter dir? Oh. Sorry. Das Alien hat ihn nicht gekillt, aber ich hätte es bei mir. Soll ich warten, bis er sich aufgelöst hat? Ja. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht vor die Turrets treten, weil da sind noch vier Schuss drin. Oh Gott. Weggeschmolzen. Oh, die sind schnell. Wird er nicht? Wenn ich jetzt sterbe... Dann muss ich, glaube ich, alle Bewegungssensoren nochmal anbringen. Das wäre ja fatal. Das wird meine Nerven nicht durchhalten. Dann könnt ihr schon mal die... Notfallambulanz... ...kontaktieren. Ich schalte mal auf die Schroti. Ne, die Schroti, bitte. Dankeschön. Das hat schön geploppt. Nicht schön genug. Also vier Schuss für ein Alien, das ist zu viel. Aber es muss besser werden. Aber es ist schwer zu zielen, weil das Fadenkreuz ist... ...ziemlich weitläufig. Das Getrommler geht mir auch auf den Keks. Da schießt jemand. Schau mal. Oh, so geht das. Ein Schuss. Vielleicht sollte ich das Visier nehmen. Oh, hinter mir. Danke. Das war sogar mal nützlich. Die sagen auch nix. Jetzt schreien sie auch nicht. Noch gar nix. Ich meine, wenn ich jetzt hier gegen Aliens kämpfen würde, würde ich... ...ein bisschen schreien. Wenigstens vor Schreck. Wir bräuchten Rüstung. Gesundheit. Ich glaube, da war eins auf dem Flur. War das jetzt so in den Raum gesagt oder war das an mich adressiert? Da war was im Flur. Was? Da drüben sind Aliens. Oder da oben. Oh, sie kommen nicht mehr näher. Scheiße. Kommen wahrscheinlich von da unten? Ne. Am Flur. Wo ist der Flur? Wo ist der Flur? Der Flur? Aha, kaum bin ich weg. Habt ihr denn Spaß? Aha, das... ...hat jetzt erst getriggert, weil ich... ...weil das letzte Alien war überfällig. Ne, jetzt hat er es nochmal gesagt. Okay. Das ist für mich... ...begriffsstutzigen... ...gewesen. Äh... ...ich gehe dir nach, weißt du das eh. Ah, okay. Das war richtig. Halten Sie die linke Maustaste, um ein Geschütz aufzustellen. Sind Sie anfällig? Ja. Alles klar. Aber hier werde ich es nicht aufstellen, oder? Wie viel Munition ist da drin? Unendlich. Du gehst voran, weil... ...ich bin verletzlich, wenn ich es aufstelle. Oh, scheiße. Geh mir aus dem Leib. Aus dem Leib ist gut, ja. Das trifft es bei den Aliens eigentlich ganz gut. Bleib mir aus dem Leib. Ja, und wo stellen wir das Ding jetzt auf? Winter, stellen Sie das Geschütz neben die Munition. Neben die Munition. Ist das klug? Na, vielleicht. Kommen die von da oder von da? Brauchen wir jetzt gar nichts mehr tun. Ich sichere von hinten. Das Beste wird wohl sein, ich schließe hier. Lass mein Geschütz in Frieden. Mann, das Geschütz taugt nix. Naja, ein bisschen. Es ist nicht ganz umsonst, aber... Aber es ist nicht gerade berauschend, sagen wir so. Shit! Hey! Der ist tot. Ich dachte, die sind unverwundbar. Oh nein, er ist nicht tot. Puh, Kontrollpunkt, das war knapp. Was hätte es mich erwischt? Ich muss ein bisschen Munition sparen. Über die Schrotflinte, meine ich. Es gibt einen Tunnel, der direkt dorthin führen sollte. Wer... Wer spricht denn jetzt? Winter, nehmt die Smartgun mit. Holt die Mädels zurück. Durch das Abfahrtssystem kommt ihr zum Funkturm. Verstanden? Die Smartgun da? Ne, die Smartgun. Okay. Was soll ich denn da austauschen? Achso, ich... Ich kann, glaube ich, alle... ...gans auf einmal tragen. Die hat unendlich und kann höchstens überhitzen. Verstehe. Nettes Visier übrigens. Ah, jetzt dürfen wir auch da zu den Mädels stoßen. Endlich. War schon ganz einsam. So, dann muss ich jetzt gar nichts mehr machen. Nur mehr draufhalten. Auch nicht schlecht. Aber es ist nirgendwo Gesundheit. Ist mir das schon aufgefallen? Ein bisschen Schrotmunition. Aber es war im ganzen Level kein einziges Gesundheitspäckchen. Wenn ich nicht irre. Darunter. Das Blöde an dem Visier ist, man sieht überhaupt nichts. Kann ich eigentlich wegschauen? Ich traue mich jetzt nicht die Waffe wechseln, sonst finde ich es nicht mehr. Geh weg, sonst hüpfe ich dir auf den Schädel. Da lang? Ich würde aber eher gerne lieber hier lang. Schauen kostet ja nichts. Außer vielleicht das Leben. Wailend. Oh. Ich glaube, es hat gerade was nachgeladen. Ah, endlich. Wenn man den Teufel nennt, kommt er gerannt. Busch. Du voran. So, wo kommen die Aliens? Von da vorn. Hoffentlich. Nicht von hinten auch noch. Hast du auch so eine Smart Gun? Bin schon. Bereit. Was heißt 96%? Oh Gott, ich habe doch nur begrenzte Munition. Ich dachte, ich habe unendliche. 89. Das ist zu wenig. Scheiße, das geht sich doch nicht aus. Oh Gott. Muss ein bisschen haushalten. Recht smart ist die Gun auch nicht. Aber es ist immerhin smarter wie die Menschen. Das heißt was? Naja, das heißt eigentlich nichts, weil... Smart sind die... Begleiter wirklich nicht. Puh, das ploppt. Die kommen sicher da raus. Bloß nicht von hinten, bitte. Muss ich hier auch kurze, kontrollierte Stöße, oder? Du solltest dich nicht vor meine Smart Gun stellen. So smart ist sie nämlich dann auch nicht. Man müsste jetzt natürlich wissen, ob die jetzt... Ob die so lange kommen... Oh, Scheiße, da hängt ein Alien. Ob die jetzt so lange kommen, bis wir einen gewissen Punkt überschritten haben, oder? Das ist aber blöd, weil ich bin bei 28%, Mann. Was sagst du jetzt erst? Ich meine, ich habe es eh gewusst, aber... Trotzdem hätte ich das früher sagen können. Arsch. Äh, war da vorhin schon was offen? Scheiße. Ich schaue mal zurück hier. Ne, da geht es nicht rein. Da auch nicht. Gott, da drin ist eins gewesen. Was ist da rausgekommen? Ha? Ich will da reinschauen. Oh, das hat sich von mir aufgebaut. Das war gruselig. Aber da ist, äh... Bodyarmor. Und da... Eine Erkennungsmarke. Ohoho. Nimm schon. Vasquez. Sehr gut. Das war mir die liebste. Vasquez. Ich glaube, der hat sich dann in die Luft gesprengt mit dem... Hier ist 2-1. Die Kanalisation ist kompromittiert. Hören Sie mich? Mit dem... Ich weiß es nicht mehr. Tata. Hier ist 2-1. Hört mich jemand? Wie hieß der? Verdammt. Das war dieser Latrino-Laber. Genau. Das war ein Latrino. Ohoho. 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 Puh. Das war knapp. Ich bin bei 15%, man. Sind wir bald da? 1%. Fuck. Oh shit. Oh Gott. Das Waffenwechseln hat mich etwas Schutzpanzer gekostet. Das Licht ist schon an. Ich bin bald. Vielen Dank.